Ich kann nicht mich hören, es ist so dunkel hier drin. Ich habe etwas ganz tolles gedacht, was wir heute machen können und zwar machen wir heute so eine Art Wettkampf und zwar machen wir es so, dass wir 5 Tiers nehmen und zwar LC, Never Used, Rarely Used und wenn, warte, habe ich hier irgendeinen vergessen? LC, NU, RU, OU Und dann, das wären dann 4 Tiers und wenn es dann Gleichstand steht, wird dann noch ein Uberskampf am Ende kommen. Ja und da haben wir uns gedacht, ja machen wir so, ist doch bestimmt ganz lustig und dafür haben wir uns auch jetzt ganz tolle Teams gemacht und mal sehen, wie es so läuft. Ja und ich glaube, das ist nicht erwähnt, aber wir machen zwei Kämpfe hier, zwei Kämpfe von meinem Kanal und dann den entscheidenden Kampf, falls es zustande kommen würde, wäre dann auf beiden Kanälen. Genau, so haben wir uns das gedacht, ist eigentlich ganz spontan entstanden, diese Idee. Ja guck mal, wir denken auch nach, ist echt unglaublich. Das ist echt was ganz Neues, auf YouTube, also nee, das hat schon eine Klasse, ja. Inception. Okay, Lightgaming hat mich schon herausgefordert oder Darkgaming, so wie ich ihn gerne nenne. Oh, jedenfalls, oh, ich habe ja schon mal gegen sein Team gespielt, also Abra hatte er schon davor drin, glaube ich. Charmian ist neu. Charmian ist echt neu. So. Die sind alle neu, außer. Außer? Irgendwie, ja. Ja, Abra. Glaube ich zumindest, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, keine Ahnung. Jedenfalls, ihr kennt wahrscheinlich mein Team schon, wenn ihr es gesehen habt, von Let's Leiter Little Cup und... Ich kenn es. Ah, toll. Jedenfalls, es funktioniert ganz gut. Mal sehen, ob das... Nee, ich will nicht zu viel spekulieren hier. Okay. Okay, doke. Dann start mal, Mannigge. Ich habe schon gewählt. Kann sein, das leckt ein bisschen? Ja, leckt wirklich ein bisschen. Bei mir ist noch alles im Anfangsstadium. Also, ich habe schon meinen Anfangs-Pokémon gewählt. Vielleicht predictest du das ja auch. Wer weiß, wer weiß. Okay, Mannigge. Ich glaube, das skippe ich auch mal, wenn der Leck endlich mal vorbei ist, lol. Hat doch gar nicht geleckt, wüsstest du es dein Ernst? Doch, klar. Oh, Junge. What? It's a me. Das ist echt nicht nett. Also, das finde ich voll scheiße von dir, ey. So, die Frage... Mann. Die Frage ist, was er macht. I predict something. Oh, okay. Ich habe gedacht, du machst... Was ist das? Das ist nicht overprediktet, oder? Nein, kann... Nein, natürlich. Kennst mich doch. Ich habe eigentlich... Mann, was soll denn das? Wieso das? Ich habe doch gar nicht so eine lange Zunge. Mann. Das ist doch voll scheiße, ey. Voll gemein. Firepunch. Doesn't do anything. Der Fern wäre jetzt voll schön geworden. Boah, 10 Prozent, Junge. Habe ich aber hier ein bisschen... Ausgerast. Puckkopp. Puckkopp. Wutsch. Patschow. Puhk. Puhk. What? Süß. Süß. Digga, okay. Okay. No problem, no problem. Mann. Nige. Äh, hä. 65 Base-Attack, ja. War klar, dass es... Warte, 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 warte. Ah, 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 ah. Ah, nein, du, du. Da hat Dazzling geleben. Ist immer noch nicht so effektiv, mein Freund. Da hat Prediction, though. Ich hoffe, der hat keinen Hidden Power of Fire. Das finde ich doch schon ein bisschen... Wieso heißt es China... Oh, okay. Also... Würde ich schon fast meinen. Danke, Juuu. Ach, du hast wahrscheinlich hier... Schnappi predicted, ne? Du bist schon ein richtig schlauer Typ, ne? Ja, 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 ja. Ich glaube... Ich glaube, der Sing-Dim hätte sogar... Ähm... Hier, wie heißt es? Easy nicht gekillt. Hm. Mal, fine. Natürlich hätte das Easy gekillt. Mal sehen. Vielleicht ist es sehr gelockt oder so. Ah, man, nige. Okay. Wer ich jetzt übercool bin... Und... Einfach einen Schnappi wechseln, um einfach den Knock-Off zu belicken. Weil du bestimmt denkst, ich gehe in Lavandier. Nee, komm, wir machen safe. Äh, 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 äh. Äh, ernst? Orange, mauni? Mauni? Jetzt ist immer voll der Feuerwehr-Alarm am Start. Ist echt so, war schlimm. Aber ich kann da auch nichts gegen machen. Das ist voll... Voll, ähm, volles Ghetto hier. Hm, glaube ich dir. Echt? Coool. Mann, nige. Coool. Dipp, dipp, dipp. Ich glaube, das ist Evio-Light. So sieht es jedenfalls aus. Pokéball! Mann, nige. Ich habe ja eigentlich immer... Ich bin ja eigentlich immer der mit den unkreativsten Namen. Und dann kommst du damit! Ja. Nein, ich nenne es nicht Pokéball, ich nenne es Pokéball. Es hat Vollzweck. Vollzweck? Vollzweck. Also es hat eine Base-100-Initiative. Damit würde ich dann doch nicht dealen. Dealen, ha! Ich bin voll der Dealer. Das ist ja richtig problematisch. Was ist mit meinem Pokémon-Shout-Alarm manchmal los? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich bin gleich wieder da. Ach, dein Ernst? Ja, Mann, ich kann ja nichts machen. Dazu muss ich sagen, Leute, falls ihr mich jetzt irgendwie für minder bemittelt haltet, ich bin der größte No-Hand in LC. No-Hand? Ja. Das heißt, dass ich keine Hände habe. Das heißt, dass ich schlecht bin und so. Ich weiß nicht. Ich wusste es. Mann, nige. Ich würde jetzt echt gerne Over-Predicten. Yeeah! Look at that Prediction, though! That Prediction! So, jetzt lohnt sich aber Protect hier. That Fire Punch, though! So. Mann, wie soll es das... Oh, okay. Es ist... Kein... EvioLight. Ihr müsst wissen, ich... als wir gestern hier das getestet haben. Ich bin so blöd. Warum? Ja, gerade ist ja mein Berry Juice aktiviert. Und du so, es ist nicht EvioLight. Und dann denke ich mir so, welches Item war es nochmal? Guck so nach und denke, oh, ich habe gar kein Item drauf. Und dann... Oh, nee. Okay. Es könnte sogar sein, dass ich da mit hier Nebulak, Sludge Bomb, dann... kille. Aber ich... I don't wanna whiskey to the biscuit. Schade, hätte ja klappen können. Ich dachte, so Swag und so, dann... Nee, nee. Also Swag hast du auf keinen Fall. Okay. Boah, look at Schnappi. Eating it up! Look at that Schnappi, though. Oh, du hast keine Steinschwäche. Das ist ein bisschen traurig, aber... Okay. Ich... Bitte, 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 bitte. Oh, nee! Oh, nee! Scheiße! Okay. Oh, that Prediction, though. War kein Pred... Oh, warte. Ja, ja. Und? Problem damit. Ich denke immer, Easy ist ein Normaltyp. Aber... Easy, du bist ja kein Normaltyp. Äh, Easy. I-I. Äh, I-I. Na, jetzt muss ich... Ja, toll, jetzt wird das Video gesperrt. Toll, danke. Kriege ich einen Strike wegen dir, du Arschloch. Das war geplant. Los! Yeah! Look at Easy! Circle throw in your eyes! In your ways, motherf***er. In your ways, no! Ich denke immer, man, mein Hals ist grad voll down. Egal. Voll down, ey. Voll down, ey, man. Shit! Ich geh jetzt mal Risiko-Mut. Man, ich... Get down! Das ist... Das ist einfach der coolste Name, den man hätte geben können. Einfach wegen Manig. Manig. Du hättest eigentlich so hier schreiben müssen. Was? Du hättest so hier schreiben müssen. Maunü! Jetzt die Frage... Ich wollte ihn eigentlich mit... Ich wollte ihn eigentlich so schreiben, oder? Ich seh schon... What? What? Ich dachte, es kommt jetzt ein Fake-Out! No Fake-Out for you! Wir spielten den Scheiß mit Fake-Out, maunigin. Maunü-Gü! Nee, also... Eigentlich wird ja Schnurrgast so gespielt, deswegen. Ja, Schnurrgast. Aber das ist nicht Schnurrgast. Das ist Schnurrgast. Ich mag Schnurrgast. Nein, das ist nicht Schnurrgast. Maunigin. Pokéball! Brannisi trifft aber auch immer, ne? Das sind 90 Prozent, ich bitte dich. Ja, und? Swag! Skurr! 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 Oh, nee. Dad Predictions? Natürlich! Ijöö! Äijöö! Oh, nee. Okay. Okay. Ach, ja. Dad Predictions, though. Die Frage ist, mein Freund? Mr. Burns, coming through! Coming through, maunigin. Okay. 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 Jetzt ist natürlich die Frage. Ja, du hast immer Fragen, weil du dumm bist. Maunigin. Spaß. Spaß. Okay, warte, warte, warte. Wie heißt das? Kranitos, lol. Jetzt den Kran nennen sollen. Aha! Das war ein bisschen übersteuert, ne? Oh, oh, oh. Ich hab'n Plan. Maunigin. Ist dir jemand schon mal aufgefallen, wie cool einfach Kranitos im Shiny aussieht? Sieht aber richtig cool aus. Das sag ich dir. Okay. Okay. Ich hoffe es einfach. Ach, kacke. Ich hab... Die Stone. Ist jetzt irgendwie voll unfair. Okay. Ich hätt' aber geweint, wär's choice-graft gewesen. Nein, ich disfokusere echt schon so. Oh, what? Das Rad... 125-Base-Angriff. Ich hasse dein Mr. Burns. Da komm ich nie durch. Too powerful. Lowest Mr. GG, you can't do it. Maunigin, wieso nennst du Schlupsoße? Ist voll gemein. Warum kommt er da nicht... Okay. Okay. Maunigin kann's reißen. Bist du dir sicher? Mit dem Fake-Out des To... De... De war doch klar, dass du... Und vor allem du hast... Ja, ich... Könnt' ich dich outspeeden, dann hätt' ich dich ganz locker gekillt mit Foulplay, aber... Nein. Nein. Jodos Rack. GG. War schön, auch wenn's zum Ende ein Sweep wurde. Willkommen zurück, auch wenn wir grad... Dass ich grad' ein bisschen verplant war, das bitte ich zum Entschuldigen. Und hier haben wir... Ich nicht. Äh... Hier haben wir mein... Superklasse N.U. Team, ich lieb' es einfach, also... Ja, ich hab' schon Angst, vor allem vorm Skullick. Skullick, Skullücke. Das hab' ich nur reingepackt, ja, ja. Wallaby, Wallaby, Wallaby. So, ich bin jetzt schon gespannt, wie mein lieber Gegner hier spielen wird. So, und ich will jetzt mal kurz was gucken. Achso. Data... Skullick... Skullick... Mhm. Warte, könnt' ich das uns bieten? I don't fuck so. es wird langsam ein bisschen kriminell hier mit deinen ganze zeit schwarzen feindlichen begriffen und so okay also wieder passender geht's nicht vom namen her man werden wir doch jetzt in almost any ability da hätte ich jetzt aber sowas von selbst auf diesen pokémon und ich weiß schon was dieses mist viel machen wird und davon bin ich nicht einverstanden ich hätte ja klappen können wir aber jalla sieht auch gut ist physisch ich dachte ich ich dachte echt du wärst hier dieses an die sie selbst das wäre ich gewesen da kommt man nicht durch zack raus hier ja ich weiß ich wollte dir das jetzt nur demonstrieren und dich damit mobben weil mir das gebracht bin toxinisiert ich wäre nach 34 und da gewesen ist diese nahm ich bin ich kriminell also dieser name schon wieder alles heißt korason da muss man das also das war schon wieder man sieht hier die kreativität von unserer lieben dark gaming übertrifft die einer erdnuss ist auber 9000 mannigge ich hab irgendwie also irgendwie hast du ein problem ja ja und das hat jetzt nichts mit pokémon zu tun ja ich kann einfach mal randomly verskalt ja dass der fog damage wieder rausbekommen ich kann diesen jungen mann hier gut ausklären das das finde ich schon knorke ja klar kannst du das jeden fall natürlich die frage okay aber du bleibst aber auch mal nicht drin irgendwie aber warum nein das kann ich auch mal drin bleiben so risk nein nein aber nein ich habe angst vor diesem fieber ich weiß es kann sehr viel schaden anrichten ach warum prädikt ich nicht einmal mann wisst ihr mann prädiktet dann prädiktet man falsch und wenn man denkt ok ich prädikt heute mal nicht dann prädiktet man falsch ich weiß echt nicht die frage danke bitte ich weiß echt nicht wie schnell dieses boffaland ist na boffaland boffalung wo war das geschrieben so hier ähm 55 ok was gesehen mein skallück hat dich aus bietet der nein hat es nicht doch ich weiß jetzt sowieso dass du für den scheiß roost gehst nee nee wenn er jetzt zu erdbeben gehst dann ja wir gehen einfach hier rein ah willi donk geh ah willi donk geh oh burn bitte krieg ich n burn dankeschön scheiße mann ich liebe burns ich hab grad mr burns und so du weißt anspielung ah oh ich will die fliege weg haben mann verpiss dich what mann explosion ist nicht gut es ist nicht mehr gut in dieser generation mit normal jam ich bitte dich oh ist voll biest aber in dieser generation ist explosion echt nicht mehr gut ist schon ein bisschen traurig einfach wegen du kriegst nicht mehr den defensiv boost ist die frage was dieser junge mann macht predicted was das war irgendwie ein bisschen ähm gefährlich aber naja you son of a bitch ok ich bleib einfach drin und das war gut predicted von mir du hättest einfach in boffaland gehen können ich glaube es hat selbst wenn ich mich nicht irre scheiße jetzt ist stahl ist weg das ist ein herber verlust stahl ist es tut mir leid dank meinen perfect predictions das war schon das war wirklich sehr gut wirklich sehr gut danke dafür könnt ihr jetzt mal aufstehen und klatschen und ich bitte euch das macht ihr jetzt so nicht du du klatschst du nicht selber du bastard ok jetzt die frage was nein ich hab für für mein wunderschönes barschhof hoffentlich hast du kein sauerblatt oh dieses dieses biest ey das ist so ein biest das biest es ist kein biest es ist ein bien es sieht schlecht aus freunde es sieht schlecht aus i have an idea you have an idea i have an idea my friend hoffentlich bist du choice bitte oh ist es choice sehr gut hohranzon 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 oh das walkie helmet was das denn kann ich gar lesen was ist das denn ich glaub ich bin schneller nein 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 ich idiot man ich verklick ach was würdest du machen nichts jetzt verrät er nicht mehr sein zett voll gemein scheiße ok ich wollte das gold machen und dich burnen ok so 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 ok Was? What? Das Problem ist, ich habe kein Toxic mehr. Das ist ein bisschen... Weißt du? Not good. Ach, ich vergesse immer, dass du schneller bist. Oh Gott, ist sowieso sinnlos. Yowlau. Mann, Stahl ist es weg. Es ist voll bitter. Oh Gott. Ja, ich bin so ein bisschen... Es hätte irgendwie klappen können. Okay. 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 Nee. Ja, ich weiß. Nee. Das ist natürlich die Frage... Muck ist defensiv. Also das ist wirklich jetzt schon ein spannendes Match bis jetzt. Weil es wird... Ich wusste irgendwie, dass dieser Schild kommt. Maunege. Die Frage ist, warum... Nicht jetzt. Danke! Get down! Get down! Das ist meine Mutti. Hallo Mutti von Light Gaming. Die ist schon weg. Oh, meine Fresse. Die... Die kann es echt nicht lassen, jede 10 Sekunden mal rein zu bewettern. Okay. Also ich weiß noch, glaube ich, dass dieses Mr Bean ein Scheu Specs Mr Bean war. Und das fand ich... Und das fand ich... Ja, warum spiel ich auf Psychic drauf? Ich spiel eigentlich immer auf Psychic. Aber ich glaube Psychic jetzt sogar weniger macht. Einfach wegen... Als wirklich. Naja, ähm... Warte, ich will mal gucken. Vielleicht... Vielleicht stimmt das sogar im im fernsten. 293, 186. Ne... Ne... Ich glaube sogar ein bisschen mehr. Pfff. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen problematisch. Problematisch. Problematisch, mein Nigge. Ne... Ne... Dieses Buffalond. Dieses Buffalond. Das ist schwer down zu kriegen. Incredibly. Mann... Ich... Das ist so der coole Name für Cradily. Räuchte Kohle, ey. Ah... Gott, warum mache ich überhaupt Seedbomb? Das bringt eh gar nichts. Oh, nee! Okay, gut. Ah, das habe ich jetzt vergessen. Bitte. Ich weiß Black Sludge. Bitte, hab kein Earth Power. Ja, ich bin schneller! Juuu! Pfff. Die Purple. Put in work hier wieder. Das wir... Hier sieht man wieder, warum die Purple... Die Purple heißt. Einfach, weil's Purple ist, hä? Macht Sinn, ne? Ich glaube, das macht im gefährdesten Sinn. Jo. Der kriegt natürlich den Curse. Wahrscheinlich. Aber ich hätte lieber diesen leckeren Poison Jab bekommen. Oh, look at that! So bulky! Oh no! Oh no! Oh no! I got this! God damn! Oh, das war ein Fehler von dir. Das war ein Fehler. Okay, ne. Erdbeam hat ja auch, glaube ich. Weiß nicht. War es Min-Damage? Ich glaube, das sah aus wie Min-Damage. Pfff. Das sah aus wie Min-Damage. Ach, ja. Mann, ne! Oh, ne! Der übertreibt hier wieder mit seinen Crits. Mann, du bist ja schneller. Ja, ja. Speed Investment. Speed Investment auf meinem lieben Mandy Buzz. Ich glaube, du hast gar kein Speed Investment. Kann sein. Kann sein. Hast du kein Speed Investment auf deinem Buffalo Land? Nein. Jep, das ist... Du spielst mit KP und Angriff. Aber ein bisschen hättest du drauf packen müssen. Finde ich. Hättest ein bisschen, ne! Okay, das hätte ich, glaube ich, nicht machen sollen. Oh! Oh, dankeschön! Haha! Okay, vielleicht voll Min-Max. Ach, du bist der... Ich bin immer noch schneller, warte mal! Wie spielst du denn... Ich hasse dieses scheiß Schleimhock. Warum sind die auch alle schneller? Krass, dann ist auch sehr langsam, das stimmt. Hä? Oh, Mensch! Eigentlich immer Schleimhock. Schleimhock statt Schleimhock. Schleimhock. Ich sag Schleimhock, echt? Nein, ich sag Schleimhock. Na, Schleimhock ist cooler. Jaja, aber Schleimhock heißt ja... Ich weiß, aber Schleimhock hört sich cool an. Nö. Da. Komm! Poison Jap! Poison Jap! Äh! Du hast so ein Glück, ey! Mann, das hätte... Mit Erdwehen hat er das nicht gekillt. Außer du hättest einen Quid bekommen, aber... Ne. Also, es sieht gelaufen aus. Find ich. Oh, ne. Don't be that guy. Po, look at the purple. Look at the purple. Ich muss es einfach tun. Was? Warum hast du nicht mit Cover gemacht? Ja, warum denn? Das bringt doch eh nichts. Na doch. Ja, stimmt. Hätte ich weiter Poison Jap gemacht, dann wärst du irgendwann wieder auf Full und dann... Naja, okay. Sonst hättest du mir auch nicht viel Schaden machen können. Oh yeah, my friend. Aber du hast doch ein sehr... Ähm... Ja, überhaupt nicht gesehenes N.U. Team. Das ist eher Piyu, weißt du das? Also... Ja, ich weiß. Ich spiel allgemein Pokémon, die man oft sieht. Ja, ja, ich spiel's. Außer manchmal im O.U. Aber... Aber in N.U. finde ich, kann man das schon machen. Also... Ich finde das ist schon angebracht, wenn man dort... Overused and Crap benutzt. Jetzt kriegt er noch den Poison. 60%. Ja, ich weiß. Komm. Komm. Aber das hat den Cover. Vor allem, da hat's jetzt voll gemeldet. Ohne den Poison hätte ich dich noch locker besiegt. Natürlich. Locker. Locker. Aber wie einem einfach Knock Off das ganze Spiel kaputt machen kann, ne? Warum? Das ist so... Ja, mein Rocky Helmet, da hätte dich dann irgendwie auch noch ein bisschen Schaden daneben fallen. Naja, das ganze Spiel hättest du jetzt nicht ausgemacht. Nein, aber manchmal. Also viel. Oft. Ja, stimmt. Sehr oft. Aber... Dass du keinen Burn bekommen hast die ganze Zeit, das war auch ein bisschen unlucky, ne? Hm. Ja, ich hab irgendwie gegen... Wenn ich gegen Freunde spiele, hab ich irgendwie immer Pech. Das ist... Okay, ich hab allgemein immer Pech. Hast du überhaupt meinen Part gesehen? Als Endung? Ah, ne. Das hab ich noch nicht geguckt. Ohne Scheiß. Ich... Hätt heulen können. Oh, das muss ich mir noch angucken. Haha. Okay, aber diesmal ist es wirklich jetzt das Ende, meine Freunde. Denn jetzt kommen die nächsten zwei... Hallo, nein. Wir wollten doch jetzt noch mehr Spaß. Mann! Du verwirrst mich wohl. Jetzt kommen die nächsten zwei Kämpfe, meine lieben Dark Gaming und... Bitte schaut da vorbei, weil das wird doch noch... Ich denke mal, das wird noch spannend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es... Dass ich da nicht gewinne. Jedenfalls im Overused, ja, da sind wir eigentlich gleich stark, würde ich sagen. Würde ich jetzt wieder schätzen. Ja, ich spiele öfters Overused als so niedrige Tiers. Ich spiele in letzter Zeit sehr viel N.U. Weil einfach dieses Team ja richtig viel Spaß macht. Ja, mir gefällt's auch mehr, aber ich kann's halt nicht so. Haha. Aber ich muss auch sagen, N.U. ist in dieser Generation so broken, so scheiße. Ich meine, Impergator gehört überhaupt nicht hin. Auch so Typhlosion gehört auch nicht hin, finde ich. Ja, Typhlosion mit Schollscarf und dann Eruption. Das haut schon ordentliche Pokémon im Juju und so weg. Aber ich muss auch sagen, ich spiele jetzt sowieso das erste Jahr Competitive. Das ist auch gar nicht viel zu sagen. Echt? Wow. Ich hab mit XY angefangen. Echt? Wow, krass. Also ich spiele jetzt schon... Ich hab versucht in der vierten Generation anzufangen, aber da war ich noch nicht so gut. In der sechsten Generation wurde ich richtig gut, also... Ja. Finde ich krass, dass du erst ein Jahr spielst und trotzdem schon so an sich gute Sets rausbringst. Also finde ich gut. Ja, dankeschön. Machst gut da. Machst gut die Arbeit. Ja, also... Ich spiele ja gerade so drei Jahre Erfahrung oder ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon spiele gegen einen, der ein Jahr Erfahrung hat. Also... Das müsst ihr bitte im Kopf behalten, dass er wirklich dafür sich sehr gut schlägt. Ja, gut, das ist aber keine Entschuldigung. Wenn ihr euch mal Razer anguckt, der spielt auch erst seit einem Jahr und der ist auch verdammt gut. Der ist auch verdammt gut. Das stimmt, das stimmt. Okay. Jetzt genug vom Competitive Gelaber. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaut bei Lightgaming vorbei. Er macht seine Arbeit sehr gut. Dankeschön. Und wir sehen uns dann wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017